Herzlich Willkommen bei Sicher Bestehen, ein Podcast von Westermann Berufliche Bildung. Hallo und herzlich Willkommen zur zweiten Folge Sicher Bestehen. Mein Name ist Herr Gerold und wir wollen heute das Thema Aufschieben von Aufgaben angehen. Der Fachbegriff hierfür lautet Prokrastination und in der letzten Folge haben wir bereits über die Gründe von Prokrastination gesprochen. Und heute reden wir darüber, was man denn gegen Prokrastination tun kann. Wie prokrastinierst du weniger? Und dafür habe ich dir sieben Tipps mitgebracht. Tipp Nummer eins, setz dir klare Ziele. Eine Aufgabe kann oft überwältigend erscheinen, wenn du nicht weißt, wo du anfangen sollst. Setz dir deshalb konkrete und realistische Ziele und arbeite schrittweise darauf hin. Und eine Möglichkeit ist die sogenannte SMART-Methode. SMART steht für spezifisch, messbar, akzeptiert, realistisch und terminiert. Und zu den Themen Zielsetzung und Zeitmanagement, darüber werden wir nochmal in einem separaten Podcast genauer reden. Nur so viel mal vorweg, konkrete und realistische Ziele sind extrem wichtig. Ein Beispiel, du nimmst dir am Wochenende vor zu lernen. Und dann fühlst du dich auf einmal komplett überfordert. Kennst du das? Da bist du nicht allein. Lernen ist total unkonkret. Du musst dir die Frage stellen, was willst du denn lernen? Mach es konkret. Ich möchte heute eine Stunde lang eine alte Prüfung üben und mindestens 70% schaffen. Ein weiteres Beispiel. Du möchtest am Wochenende mindestens 20 alte Prüfungen durcharbeiten. Ist das realistisch? Eher nicht. Was passiert, wenn du es nicht schaffst? Du bist frustriert und setzt dir also realistische Ziele, die du auch wirklich schaffen kannst. Tipp Nummer 2, eliminiere Ablenkung. Denkst du auch an das, was ich denke? Und das ist wirklich ein Riesenproblem. Ich kenne das von mir und auch von meinen Schülern. Das Smartphone. Das Handy kann dich ganz schnell ablenken, selbst wenn du es ausgeschaltet neben dir liegen hast. Am besten legst du das Handy außer Sichtweite in einen anderen Raum, wenn du fokussiert arbeiten willst. Schaffe dir eine Umgebung, in der du dich gut konzentrieren kannst. Tipp Nummer 3, der wird dir gefallen, denn er heißt, belohne dich. Belohne dich, nachdem du eine Aufgabe erledigt hast. Such dir vorab etwas, was dir als Belohnung gefällt. Egal, ob das jetzt ein Stückchen Schokolade ist oder ein kleiner Spaziergang zum Beispiel. Und hier empfiehlt es sich, Meilensteine zu setzen. Entweder während eines Projekts oder nach dessen Abschluss. Und an denen ihr euch dann eine Kleinigkeit gönnen könnt. Beispielsweise lernst du für eine Prüfung oder Klausur und du möchtest zum Lernen 20 Seiten aus deinem Buch zusammenfassen. Und dann setzt du dir als Meilsteine zum Beispiel für alle 5 Seiten, die du zusammengefasst hast, einen kleinen Cut und gönnst dir dann eine Belohnung. Vor allem zu Beginn, wenn es darum geht, sich von der Prokrastination zu befreien, können Belohnungen besonders hilfreich sein. Eine Studie aus dem Jahr 2018 ergab, dass bei der Erledigung von Aufgaben frühere Belohnungen die Motivation eher steigern als spätere Belohnungen. Und wenn du die einzelnen Schritte einer Aufgabe aufschreibst und festlegst, welche Meilensteine du erreichen willst, kannst du auch besser planen. Ja, und dieses Aufschreiben von Meilensteinen und Aufgaben ist eine wunderbare Überleitung zu Tipp Nummer 4. Tipp Nummer 4 lautet nämlich, nutze eine To-Do-Liste. Eine To-Do-Liste kann helfen, den Überblick zu behalten und die Aufgaben zu priorisieren. Also schreibe die Aufgaben auf, die erledigt werden müssen und streiche sie nacheinander ab, wenn du sie erledigt hast. Und insgesamt können To-Do-Listen dazu beitragen, produktiver, effektiver und weniger gestresst zu sein. Und sie können dir helfen, deine Aufgaben zu strukturieren, zu organisieren und zu priorisieren. Das kannst du auch mit einer App machen. Ich persönlich schreibe mir die Sachen lieber händisch auf, aber das ist dir überlassen. Und bei dieser ganzen Organisation darfst du eins nicht vergessen, Pausen. Und das ist auch Tipp Nummer 5. Mach Pausen. Pausen sind wichtig, um die Konzentration aufrecht zu halten. Plane gezielte Pausen in deinen Arbeitsablauf ein und nutze diese Zeit, um dich zu erholen und neue Energie zu tanken. Und das kannst du auch wunderbar mit Tipp Nummer 3, der Belohnung, kombinieren. Ja, und wir machen gleich auch eine Pause, denn wir sind schon am sechsten und letzten Tipp angelandt. Denn der lautet, fang einfach an. Beginne einfach mit der Aufgabe, auch wenn du keine Lust hast. Und häufig kommt die Motivation erst beim Tun und du kannst dann schneller vorankommen als erwartet. Es ist gut, einfach mal anzufangen, weil das der erste Schritt auf dem Weg zur Erreichung deiner Ziele ist. Oftmals können wir uns von der Größe oder Komplexität einer Aufgabe überwältigt fühlen. Was dazu führt, kannst du es dir denken, dass wir es aufschieben oder uns gar nicht erst daran trauen, versuchen. Wenn wir jedoch einfach mal anfangen, brechen wir das Projekt, die Aufgabe in kleine, machbare Schritte auf und können uns dann auf die nächste Aufgabe konzentrieren, sobald wir die vorherige abgeschlossen haben. Und dies kann uns ein Gefühl von Fortschritt und Erfüllung geben, das uns motiviert, weiterzumachen. Und dieses Anfangen kann dazu führen, dass man in einen sogenannten Flow-Zustand gerät. Dieser Flow-Zustand gibt uns das Gefühl, dass die Zeit wie im Flug vergeht, weil wir so in diese Aufgabe uns vertiefen, weil wir vollständig drin sind in dieser Aufgabe. Und wenn wir uns erstmal in diesem Zustand befinden, können wir oft viel effektiver arbeiten und sogar mehr erreichen als erwartet. Fassen wir nochmal ganz kurz zusammen, was du gegen Prokrastination machen kannst. Tipp Nummer 1, klare Ziele setzen. Tipp Nummer 2, Ablenkung eliminieren. Tipp Nummer 3, Belohnung. Tipp Nummer 4, To-Do-Listen. Tipp Nummer 5, Pausen. Tipp Nummer 6, einfach anfangen. Und das ist auch gleichzeitig der Tipp der Folge, fang einfach an. Ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen motivieren und du kannst das ein oder andere erfolgreich umsetzen. Ich werde jetzt Tipp Nummer 3 beherzigen und mir was Kleines gönnen. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Musik Moderna 6, börere Ziele setzen. Musik 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 M 있으면